montag der 18 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video am montag nach dem dritten advent wir öffnen heute das adventskalender tüchen da ist der netto adventskalender und es kommt mit dem teddy bear zum vorschein dann machen wir weiter beim kaufland adventskalender ist da unten das tüchen und es ist der mond das dürfte wieder der aldi adventskalender sein und da ist da unten das tüchen und naja dieser adventskalender dürfte wieder aus dem nidl sein da ist da das tüchen und wie beim ersten adventskalender der daily bear ihr wisst was jetzt kommt da unten ist es so sieht es heute aus bei diesem zweiten geschenken adventskalender da ist da das tüchen da kommt eine kerze zum vorschein und damit sage ich mal bitte like das video lassen aber da wir sehen uns auch am morgigen dienstag